Creme Gloss, die erste Koloration ohne Ammoniak, Michelé Royale, Glossy Honigreflexe in leuchtendem, braun und blond, unwiderstehlich. Glossy Glossy, ganz ohne Ammoniak, Glossy Glossy, Glossy Honey, Kastanien, Akazien und Flüten Honig, weil wir es uns wert sind. Ich verlasse ihn, für einen Tag mit den Mädels. Ich bin auch mal albern, na und? Ich liebe mein Leben, wie ich es möchte. Für meine sensible Blase vertraue ich der Läden. Sie ist superdünn, superdiskret und superdiskret. Trockenes, frisches Gefühl. Klima, Freiheit, Fühle. Ist es nicht erstaunlich, was man alles tut, um sich ans Trinken zu erinnern? Mit Hostie naturell, die Trinken geht zu viel einfacher. Weil es so natürlich ist und so lecker schmeckt, dass es ein natürliches Stil ist.